Musik Hey Kollegis! Nur ihr wisst, dass hier komische Dinge vor sich gehen. Und nach aktuellen Erkenntnissen wissen wir nicht genau, was passiert oder was das bedeutet. Wir haben jetzt unter Hochdruck eine neue zukunftsträchtige Anwendungslösung entwickelt. Robotron Natali. Mit dem neuen Mikrocomputersystem hoffen wir den Verlauf besser überwachen zu können. Und eine Funktion hat sich schon auf der en Erinnerung wird er, immer bei der Entschuldigung der decir auf die